Wir sind wieder am Start. Top 10 Balingen. Eine Party jagt die andere. Und auch bei uns ist letztendlich der Sommer angekommen. Heute Abend hier im Top 10 Balingen die Private Fiction Bikini B. Eine absolut heiße Party-Nacht wird das heute. Denn wir suchen heute Abend das Geiste Bikini Girl. Und das werden wir auch bestimmt finden. Denn ich nehme jetzt mit in die Hölle, in die Private Fiction Party-Hölle. Kommt mit, Leute. Hi, wir sind Sarah und Caro. Und hier gibt es das geilste Eis. Den Top 10 Balingen. Yeah, MC Nanny hier am Start. Aus dem neuen Top 10 in Balingen. Wir waren schon mal hier. Es war nicht schlecht. Aber das hier ist jetzt einer der geilsten Clubs, den ich in Deutschland gesehen habe. Eine absolut geile LED-Decke. Sowas gibt es nur im Top 10 Balingen. Absolut scharf. Und ich glaube, die heutige Beach Party von Private Fiction wird der absolute Killer. Ihr werdet ihr leben. Die Stimmung wird eskalieren. Peace, y'all. Auch das geht. In dergültige Beach. Und dann geht es dich. Und dann geht es dir. Und dann geht's euch, ich bin ready. Und dann geht es mir. Und dann geht es die nächste looks. Und dann geht es mir. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018